Okay, guten Tag Leute! Willkommen zurück bei Ip&Op. Wieder mit Laura mit Playgox. Huhu! Wir starten jetzt heute anscheinend die schwierigen Level, wie es aussieht. Naja, die Farbe sagt ja noch gar nichts. Ich denke schon, dass du sein wird, aber okay. Nein, pst! Nein, okay, dann nicht. Hui! Oh, hui, hui, hui! Tschüss! Nein! Doch! Oh, nein! Ey, den schwarzen Bug, hast du es gesehen? Ja, ja, ja. Okay. Nein! What? Was? Wie geil! Warum ist es so schwer? Ja, das ist diese rote Farbe, die wir schon gesehen haben. Das ist das Schwierigkeitslevel. Man kann die schwerer zertreten. Aber ich will... Ich will... Doch! Die kann man echt nicht zertreten. Geh es mal an. Aber wir sind wieder hier übrigens. Ah, also wenn wir weitergehen, gehen wir zum nächsten Level. Habe ich dich wohl doch richtig hingeschubst. Oh mein Gott! Ah, endlich! Ich hätte nicht weitergehen können, bevor es nicht kaputt ist. Okay. Ne, das wird Unglück bringen. Pfam... Eh! Pfam fürs... fürs neue Jahr wird es mega Unglück bringen, wenn man sowas nicht... Ja, echt so? Okay. Aber die Musik hat sich verändert. Das ist das, was ich schon vorher gesagt habe. Oh je. Oh je. Oh je. Oh, was? Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh! 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 Okay. Gibt's hier auch noch was? Na du? Ne. Warte, schreien wir mal auf mich? Auf mich? Ja, du hast richtig gehört. Ja, jetzt komm. Ich... Jo. Ne, ich will nicht mehr. Sehr schön. Ne, dann nicht, okay. Dann nicht, ne? 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 Dann nicht. Okay. Ähm. Ähm. Moment. Hier unten brauchst du noch nicht kaputt machen. Was können wir denn hier am besten machen? Das wäre jetzt... Ne gute Frage. Ähm. Ah, da ist so eine Blase. Vielleicht kannst du die benutzen. Ja. Geh mal da entlang und guck mal. Oh! Pfff. Ja, das ist schon mal richtig. Wow. Ich hab da zugeguckt. Das fand ich sehr spannend. Na, ist klar. Ops. 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 Dann geh ich schon mal... Jetzt. Okay. Jetzt? Jo. Ja, sehr schön. Das hat's wohl klappt. Jetzt kann irgendwer sterben irgendwo. Hä? Jetzt. Okay. Wir haben bisher Null eingesammelt. Das ist doch sehr schön. Ich hab da niemand gesehen. Ah! Oh! Scheiße! Oh! Hey! Lass mich da hoch! Und zwar, schau mal. Ah! Hab ich nicht gesehen. Okay. Nice. Oh! Okay. Das war... Das ist ja interessant. Das heißt, du gehst hier einmal? Gehst du hier einmal? Ach, ich komm an den anderen nicht ran. Da muss man vielleicht zu zweit? Ja, aber dann... Weil wenn du springst, kommst du auch nicht viel weiter, siehst du? Oh! Äh, wir... Okay. Springen wir auf mich? Klappt's? Nee. Oh! Aber hier klappt's. Oh! Was war das denn? Die Blase nimmt mich nicht an. Ach, vielleicht müssten wir auch von hier... Ja... Warte, lass mich mal einmal... ...hoch hier kommen. Warte. Opsi! Hä? Äh! So! Hier! Oh, nee! Mensch! Mensch! Du musst nur warten! Lerne vom Meister! Welchen Meister? Ah! Oh! Ja, siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Mensch! Mensch! Oh, nee! Möchtest du vom Meister lernen? Für nur 90,99 Euro. Die Minute. Oh! Jetzt aber! Weil du jetzt was gesagt hast. Okay, da kann ich nicht durch. Das ist schon sehr gänzlich, du. Oh, ja. Ähm... Ja... Ah, da links... Links... sind glaube ich die Teile. Für dich. Irgendwie. Da unten, da unten. Ja, ja. Ich weiß, aber ich komm da nicht hin. Springen wir auf mich? Oh, ich komm da nicht hin. Auf mich? Ah, okay. Ah, okay. Oh! Oh, da musst du da hin! Ah, okay, 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 okay. Da musst du da hin! Da musst du da hinlaufen in dem Ort. Nein, 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 ich muss da hin, da hoch muss ich. Und da, normalis... Okay. Verarschtbereich nicht... Okay. Ich überleg es mir. Go! Okay. Nice! Ohhhhhhh! Goes on! Ohhhhhhh, Ohhhhh. Oh here... Das war knapp! Oh meine... Hatebald, das macht aus... Okay, eine nachholung! Das war ja fast perfekt. Okay. Oh no. Oh, nee, don't do this. Go! Ups. Ja, es war, es war. Oh Gott, das hat niemand gesehen. Nein, niemand. Gar niemand. Aber, hä? Das ist irgendwie zu weit. Obwohl, vielleicht musst du echt ganz am Rand oder so sein. Also, vielleicht ist es nur ganz knapp. Ne, da war ich jetzt nicht. Mach's mal von hier aus. Was war das? Ich bin echt mies, dann platzen es einfach so. Nee, die sind echt irgendwie. Okay, ich schau dir einfach zu. Du darfst es jetzt machen. Also, ich darf es eh nicht machen. Ich weiß nicht. Das ist wirklich was. Okay. Ich glaube doch, die ist von der rechten Seite. Ja, erstmal von der rechten Seite. Und ich muss direkt in die Blase rein. Weil wenn ich sie nur streife, geht sie kaputt. Immer rein und nicht streifen. Okay. Ja! Oh nein! Ach so. Ich hab's nicht gesehen. Komm, das hat eigentlich einen Applaus verdient. Und du? Oh. Ja! Ja! Oh, das hat nicht geleistet. Geh nochmal. Komm schon! Oh no. Ich bleib einfach hier. Oh! 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 Okay. Oh, schau. Oh, oh, oh! Oh, ich hab mich nicht bewegen können. Oh, ich bin hier schon richtig rumscheißig. Oh no. Okay, warte. Hopp. Hopp. Oh, ich bin hier oben. Oh Gott! Ich hab mich grad richtig erschreckt. Äh, ich musste mal zurück. Oh! Oh! Vergiss es. Hä, jetzt bin ich oben. Hä, wieso bist du jetzt? Ich wollte oben sein. Du wolltest oben sein. Okay, warte. Drei, zwei, eins. Bam! Ah, ich hab hier auch noch so eine Kugel. Warte. Äh, wie kommst du? Achso. Oh, aber du musst... Okay. Oh, das war knapp. Da ist noch eine Kugel. Da musst du jetzt Neo und Neo machen. Ah! Aber... Alter, 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 alter. Wie komm ich denn da drunter? Läuft bei dir. Warte, jetzt, jetzt, komm, schnell, lauf, lauf, schnell! Schnell! Ich hab in mein Leben gewippert. Da ist so ein extra Bonus-Ding. Übrigens, von der letzten Folge da, wo wir die geguckt haben, also gemacht haben, habe ich mir ein Video angeguckt. Und die schaffen, das Ganze innerhalb von fünf Minuten komplett durchzuspielen mit allen Punkten. Die ganze Mission? Ja. Wir haben fünfzig gebraucht. Wo wir eine Stunde gebraucht haben, ja. Oh, Gott. Einfach nur peinlich. Aber warte, ich brauch, ja. Okay, jetzt so? Oder ich brauch's meiner Hilfe. Ja, dumm gelaufen, ne? Wow. Ich glaub, du musst hier von unten wieder. Und dann hier bist du dann und dann kannst du Neo machen. Also musst du hier wieder runterspringen, sterben. Und dann, genau. Bist du ready? Äh, äh, ja. Okay. Ich mach's. Ich spring. Nein! Okay, close enough. Wir haben fast alle. Einst noch einfach, oh. Ich so, oh. Ich laufe einfach mal da, ich weiß nicht, was es da ist, aber einfach was es nicht. Wollte mal nicht versuchen, diesen einen Punkt da zu erwischen. Äh, den links? Ja, oops. Jetzt. Ja, ja. Weil hier ist nämlich... Oh. Ah, da kommen wir jetzt gar nicht mehr so einfach hin, ne? Was soll ich dir sagen? Weil hier, links, ist nämlich noch ein Zusatzpunkt, hier drunter. Hier, wo der hier hin und her erlaubt. Das hab ich gesehen, vom anderen Winkel aus. Wo, woher soll man sowas wissen? Ich hab das gesehen, als ich hier vorne stand. Da hat man gesehen, dass es hier so blinkt. Da ist einer, 100 pro. Hab den, wo ich hier unten war, hab ich den gesehen. Weil du so hochgesprungen bist, hat es ja so rausgesucht. Siehst du? Jetzt siehst du es. Hast du es gesehen? Ja, 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 ja. Moment. Okay, kannst rein. Oh, yeah. Okay, den anderen hol ich auch noch. Ich guck dir mal zu. Du kommst da nicht weiter. Applaudier bitte. Ja. Ey. Das war meine Blase. Sehr gut. Okay. Ähm. Schließ mir einfach so meine Blase, wie das klingt. Sag mal. Oh mein Gott. Oh nein. Na. Okay. Okay. Ey, ich klaffe bei deiner Hilfe. Ich komm hier so. Boah. Boah. Komm hier, po, 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 po. Hä? Was soll ich hiermit? Was? Danke. Oh, doch nicht. Ähm. Ja. Ähm. Ja, geh weiter. Ist okay. Ne, ich glaub ich muss... Ah, du musst glaub ich da hin. Hier hin zu mir kommen. Und dann... Oh nein! Ah, jetzt. Passt ja. Und jetzt. Spring mal hoch. Hochspringen? Nein. Jump! Jump! Okay. Okay. Ähm. Okay. Jetzt muss, warte mal, ich spring mal komplett runter. Aber dann landen wir wieder hier. Ich dachte... Warte, bleib mal da. Ich brauch nochmal da ne Hilfe. Da von ganz oben. Aber... Genau. Ich muss nämlich doch zu dir kommen. Ich dachte, vielleicht kann ich da irgendwie... Ja, für was? Voll zieh ich. Ja, ich muss hier wieder rankommen. Vielleicht... Ich dachte, dass ich hier vielleicht nach unten irgendwie von hier unten gehen kann. Ach, Mensch, 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 Mensch. Das ist ja wohl hier also hier alles. Das ist ja wohl... Ich tu dich nur ein bisschen herausfordernd, dass das Ganze nicht so einfach ist. Jaja, klar. Jaja, klar. Ich finde, das ist für mich schon eine herausfordernde. Oh nein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich, okay? Ja. Ich bin da nicht. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich das davon... Ach, siehst du! Siehst du! Siehst du! Siehst du! Siehst du! Okay. Sieht aus wie Mickey Mouse. Ist auch Mickey Mouse. Heee! 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 Ich finde es deutlich schwieriger als nach oben hin. Heee! Das sagen sie alle. Heee! 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 Okay, das war... Du musst nur in die Richtung, äh, in die Richtung lenken. Heee! 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 Das ist alles die Tastatur. heee! Ne, das war ernst genug. Du musst wirklich in die Richtung lenken! Heee! Heee! Das mach ich ja auch. Aber irgendwie... Nicht so schlecht dazu. Wie gesagt, du darfst mir auch keinen Sniper-Spiel geben. Heee! He he! He! Theider, Leonardo Futures... Das ist was schon bald. Wie... Wie... Wie war das? 5 Minuten? Oh... Oh man... Das ist ja nichts Schwieriges an sich und wir bleiben total da dann hängen. Das ist so nicht mal die Vorspeise von dem Level. Okay. Das Schwierigste kommt ja erst noch. Okay. Ah, ich hab doch... Ah, ist das spannend. Okay, drück dann nach oben, wenn du bei der mittleren Lange bist, okay? Ja, mei ich. Also nicht so. Nicht so. Das ist die Mickey Mouse, die finden wir so toll, dass... Ja. Ich hab... Welche Tasten hast du gedrückt bei der mittleren? Nach oben und nach rechts. Ja, drück nicht nach rechts, sondern nur nach oben bei der mittleren. Nur nach oben. Danke. Ja, Mr. Naaru. Gut so. Okay. Meister Naaru. Meister. Das ist sogar besser, ja. Sehr schön. Sehr schön. Schön machst du's. Schön. Hammer voll drauf, komm schon! Hey, wieso geht'nönass... Ah! Das ist dein Ernst! Wieso sind wir so schlecht dahin? Ich versteh's nicht! Ich versteh's auch nicht! Okay. Okay, jetztalei. Ich glaube, das liegt an den Fähigkeiten, das liegt an der Konzentration. Ohohohohohohohohohohohoh. O'ch화�haft fehl Und du sagst so wie ich bin schlecht! Uiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Oh God! Oh Gott, lach vielleicht, ich heul schon fast durch. Oh no, 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 oh no. Okay, aber jetzt. Also bei der mittleren, nicht nach rechts, sondern nur nach oben. Bis du merkst, du...du gehst schon wieder nach oben. Okay! Ich fah... Ah! Ich hab nach oben gedrückt. Ten hours later. Was war das gerade? Du bist grad voll aus dem Spiel gebackt bei mir. Ach so, okay. Ich hab's doch einmal geschafft. Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe. Okay, warte, lass mich mal konzentrieren. So. Erz hoch. Sprengen. Versteh das. Ich werd hier für immer bleiben, wenn das Level so schön. So, glaub sie. Wir gar nicht wissen, was uns da vorne heratet. Sieht nämlich sehr schön aus. So. 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 Okay. Okay. Es ist folgendermaßen. Wenn ich jetzt hier runterfall. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wenn ich hier runterfall, drück ich in dem Moment nach rechts und dann hier drück ich nach oben hin, bis ich hier oben bin und dann... Aber irgendwie klappt das nicht. Obwohl ich das mach. Okay. Versuchen sie's mal. Okay. Okay. Bin zu doof. Also hat dieser Spruch mit Blondinen doch etwas daran zu tun. Aber ich bin auch grad gestorben. Ich bin nicht blond. Aber wie gesagt, nach oben hin ist es leichter als nach unten. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, kann ich so. Das ist noch gar nicht probiert. Egal. Okay, warte. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Ach Gott, ey. Nach einer Million Jahren. Wie lange hat es uns gedauert? Hast du geguckt auf die Uhr? Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde einblenden. Okay. Ah, jetzt äh... Springen du bei auf mich? Mhm, ich wollte grad sagen, ich bin zu fertig mit den Nerven gerade. Du musst das machen. Ähm... Ist das jetzt gefährlich? Wobei... Das wird allgemein gefährlich. Ich glaube, wir müssen es einzeln machen, weil die Kugeln können wir auch nur einzeln bedienen. Dann geh runter. Warte, lass mich mal zuerst. Oh! Schafft mich nicht. Bitte sind wir nicht ganz hinten... Oh Gott sei Dank. Ah, ich weiß, wann ich springen muss. Warte, warte, warte. Warte, geh mal... Nein. 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 Schau, ich wollte dir zeigen, wie man es nicht macht. Ähm, warte, lass mich mal bei dir hochspringen. Genau, geh mal in die Kante ran. Warte, komplett. Warte, warte, warte. BING! Oh. Warte, dann hätte ich in einen... Du verstehst was ich... In einen Sprung wäre ich hier gewesen und dann könnte ich... Ja, ja. Oh, was ist... Ach so, halt! Ups. 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 Allgemein müssen wir warten, bis alle drei hier hingehen und einer springt nämlich hier hoch und geht hier rüber und dann kann der andere einfach nur rüber. Deswegen... Entweder müssen alle drei rechts sein oder links. Okay, warte. Äh, ganz links am besten, wenn die sind. Also... Okay, warte, jump hoch. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. So, noch jemand sagen, ich kann das nicht. Oh, siehst du die Kugelchen? Die... Genau. Und jetzt musst du da einfach nur hoch. Hihihi. Haha, mach jetzt nicht so hoch. Hihihi. Ja! Da hat jemand Schadenfreude. No. Oh, du hast ne Kugel, du musst wieder die kugeln... Weatte. Kugeln? Got Apple Teleit. Ohhhh. Du musst wieder zu der Kugel hin. Okay, dann darfst du da Da komm ich aber Da will ich aber nicht runter Tja Ne, da kann ich gar nicht runter Außer, ich mach's so Ja, genau Warte, ich mach jetzt Kamikaze Oh mein Gott Ah, äh, okay Ah, oh Gott Tja, tja, tja Okay Als müsst ihr auf diese Kugel wieder Oh, wie viele Nerven da schon drauf gehen, hey Oh, wir haben's gut gemacht Okay, ich komm schnell Das ist alles, war das alles, war das alles Als ob, als, oh Gott, was ist das? Ach du heilige Scheiße, okay Okay Oha Was ist denn da passiert? Ich glaub Ja, aber das Problem ist, äh Ah Ich seh dich nicht mal mehr Ja, deswegen ja Ich weiß gar nicht, nämlich Komm nochmal runter Oh je, es fängt wieder an Oh je, es fängt wieder an Schau mal, ob du blind kommst Im Sinne von springen hoch Ob ich blind komme? Ja, genau, siehst du? Okay Ja, ob du blind hochkommst Alles klar Genau, aber wenn du, ah, jetzt bist du runtergefallen Oder? Warte Ja, du bist runtergefallen Warte mal Was heißt runtergefallen? Ja, du bist von diesem Podesta runtergefallen Achso, ja, warte mal Dann geh du nochmal hoch Oh, wir können vielleicht zusammen Auf die Plätze Fertig Hochspringen Oh Oh Mich hat mal unterwegs vergessen Ich muss nochmal runter, bitte Wir müssen hier zusammen Hoch Ich überleg's mir Okay, warte Geh du zuerst? Du darfst rechts gehen Und ich gehe links Und wir gehen gleichzeitig hoch Geht eh nicht, weil die letzte Blase Geht eh kaputt, sobald einer drin ist Sprich Ja Okay, ich verstehe, was du meinst Geh mal runter Dankeschön Oh Nein Es fängt wieder mit den Blasen an Oh Gott, wie das klingt Oh, oh nein 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 Warte, lass mich über den Podest Ich drück doch nur gerade hoch Ja Ja Ach, Gott, oh Gott Und jetzt? Warte, 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 warte Hm, du bist wieder von dem Podest runter Moment, 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 Moment Moment Moment, Moment Warte, 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 warte Ich warte, es ist 22 bis 22 Es muss hier Ich glaube immer noch, dass wir zusammen hoch müssen Und die Blase dann im Grunde genommen kaputt geht Und ziemlich schnell wieder sich aktiviert Das gibt's doch gar nicht Hier war ich Auf die Plätze Fertig, los Siehst du, weil die wären nämlich dann schon da Warte, ich komm Ich bin hier irgendwo gewesen Du kommst, okay Ja, und die letzte Das war eigentlich Sobald ich da schon drinnen bin Vielleicht zusammen Vielleicht geht das zusammen Warte, machen wir nochmal Hm, du wanderst hier Kann man hier nicht irgendwie Äh Ne, das geht nicht Moment Moment Moment, Moment Ne, 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 ne Ah, schade Ich versuche irgendwie zu verdanksamen, dass du mit hochkommst Wir sind beide runtergefallen, okay Irgendwo bist du gerade Ich weiß aber jetzt Ich hab Ich hab Ich hab Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade mache Okay, warte mal Nicht umsonst, gibt's doch zwei Wege, oder? Probieren wir mal es doch mal zusammen Zack, zack Zack, zack Okay, mach du nochmal Ich kann's mir glaube ich merken jetzt Zack, zack, zack Und jetzt Zack, zack, zack Ah Gott Warte, warte, warte Ich denke mir halt Nicht umsonst machen die doch zwei Wege, oder? Ja, das war aber sehr, sehr lucky Das war jetzt eher um Glück geschissen und so Das war eigentlich okay, oder? Okay, zumute canal Okay, okay Sehr gut Okay Wythe Endlich Oh! James Nein! Nein! Okay, spring! Du willst mich wirklich fertig machen, oder? Natürlich. Viel Spaß! Ich warte jetzt. Ich warte. Weil das Ding braucht nämlich länger, damit es explodiert. Das war mir nicht bewusst. Jaja, das habe ich gemerkt. Okay. Jetzt ist es kaputt. Du darfst weitergehen. Ich erlaube es dir, okay? Mhm. Sehr schön. Ja! 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 Aber irgendwie... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es war eigentlich nicht alle einfach, oder? In sich! Komm, probieren wir es nochmal! Sag nie wieder, es war einfach! Komm, wir probieren es nochmal! Was? Wir haben 71 verpasst? Ah, am Anfang waren es so viele, gell? Mhm. Stimmt ja. Komm, das probieren wir nochmal! Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ähm... Oh Gott! Das war ja an sich einfach, aber wir haben uns so scheiße angestellt. Oder ich! Oder du! Jo! Ja! Oh Mann! Ippodops sind gar nicht so erfreut darüber. Ne, und meine Eltern... Äh... Was? Ich scab meine Eltern. Was? Ja, ich scab den Whatsapp meiner Eltern. Ähm... Und ich finde das Ganze so schlimm, also... Oh Gott! Es war so einfach und doch so schwer! Oh mein Gott! Ich würde sagen, das war's dann wieder mit diesem Level. Ja... Oh Gott! Es gibt eine Kurzfassung wahrscheinlich. Dann sind wir aufs Level... Sieben. Ähm... Ne... Doch! Sieben war das jetzt? Also drei Level sollten, glaub ich, noch kommen. Ich glaub, bis Level zehn geht es. Das werden wir dann sehen! Oh Gott! Ob die Nerven dann noch so funktionieren. Aber warte! Weil es so schön war, gibt's ein Herzchen. Ui! Ui! Kaputt machen! Okay. Das sieht aber echt schon aus. Ja! Ja! Oh mein Gott! Aber ich muss sagen, bis zum nächsten Mal, Leute! Bis zum nächsten Mal! Na ja! Das hoffe ich doch! Oh ja! Ach Gott! Was? Komm, eigentlich müssten wir es jetzt echt nochmal probieren. Und super easy und schnell durchziehen. Ich drückle alte vier. Wir sind so fertig mit den Nerven gewesen im Ernst. Das Ding ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Es war einfach... Eigentlich war es nicht so schwer, aber es war so... Ich weiß nicht, was... Oh Gott! Ich glaube... Ich glaube, dass mit diesen... Wolken wird es immer schwieriger in den nächsten beiden Leveln. Jetzt können wir es ja. Ja. Ja.